Herzlich Willkommen bei Big NT, The Fast and the Furious. Heute ist der Tag 2. Ich bin Markus Mall, ich bin Leiter der Sehnsorgearbeit im SWDC-Verband. Und ich darf euch heute folgende Bibelstelle vorlesen. Es geht um Lukas, Kapitel 10 bis 19. Und ich möchte gern beten. Guter Vater im Himmel, ich sage dir von Herzen Dank, dass du lebendig bist. Dass du ein lebendiger Gott bist, der hört und der redet. Und dass du dich geoffenbart hast hinein in die Bibel. Und dass du durch dieses Wort redest. Da danke ich dir sehr. Und ich bitte dich darum, dass du das heute, dass du das jetzt tust. Dass du uns Ohren gibst, die auf dich hören. Dass wir dein lebendig machendes Wort in unser Leben hineinhören. Hilfst du uns, gibst du uns Weisungen, was für uns dran ist in dieser Zeit. Ich danke dir sehr, dass du uns zusagst, dass du jetzt da bist. Amen. Lukas, Kapitel 10 Danach bestimmte der Herr weitere 72 von seinen Jüngern. Er sandte sie vor sich her, jeweils zu zweit, in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Macht euch auf, seht doch, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen und haltet euch nicht damit auf, unterwegs jemanden zu grüßen. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort ein Kind des Friedens wohnt, wird der Frieden, den ihr gewünscht habt, bei ihm einkehren. Wenn aber nicht, wird euer Gruß ohne Wirkung bleiben. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was euch angeboten wird. Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf seinen Lohn, zieht nicht von Haus zu Haus. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, esst, was euch vorgesetzt wird. Heilt auch die Kranken, die dort leben. Verkündet den Leuten, das Reich Gottes wird jetzt für euch sichtbar. Aber wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, geht hinaus auf die Straßen der Stadt und ruft. Sogar der Staub aus eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, wischen wir ab und lassen ihn euch da. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes wird sichtbar in der Welt. Das sag ich euch. Für die Leute von Sodom wird es an jenem Tag erträglicher sein als für diese Stadt. Wie schrecklich für dich, Korazin. Wie schrecklich für dich, Bethsaida, während in Tyrus und Sidon die Wunder passieren, die ich bei euch vollbracht habe. Die Menschen hätten schon längst den Sack angelegt und sich Asche auf das Haupt gestreut und ihr Leben geändert. Aber wenn das Gericht kommt, wird es für Tyrus und Sidon erträglicher sein als für euch. Und du, Kafanaum, meinst du, du wirst in den Himmeln erhoben? In das Totenreich wirst du hinabgestoßen. Wer auf euch hört, hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Die 72 Jünger kehrten zurück und berichteten voll Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Jesus sagte zu ihnen, Ich sah den Satan wie ein Blitz aus dem Himmel hinab herabstürzen. Seht doch, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts aber, auch gar nichts davon kann euch schaden. Aber ihr sollt euch nicht darüber freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Im selben Augenblick wurde Jesus vom Heiligen Geist erfüllt und jubelte. Ich preise dich, Vater, du Herr über den Himmel und die Erde. Denn du hast das alles vor den Weisen und Klugen verborgen. Aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn. Und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen will. Dann wandte sich Jesus allein an die Jünger und sagte, Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Das sag ich euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht. Aber sie sahen es nicht. Und sie wollten hören, was ihr hört. Aber sie hörten es nicht. Sieht doch, da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück, was steht im Gesetz? Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Willen und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Halte dies und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte seine Frage rechtfertigen. Deshalb sagte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte, Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Die nahmen ihm alles weg, auch seine Kleider, und schlägen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließ ihn halbtot legen. Nun kam zufällig ein Priester desselben Wegen herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Reisender aus Samaria dorthin. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verbannt sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, Pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von den Dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Sie setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich ging sie zu Jesus und sagte, Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles alleine machen lässt? Sage doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Aber nur eins ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das wird dir niemand mehr wegnehmen. Kapitel 11 Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Als er sein Gebet beendet hatte, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehr uns beten, so wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Das sagte Jesus zu ihnen. Wenn ihr betet, dann sprecht so. Vater, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Gib uns das Brot, das wir brauchen, Tag für Tag. Und vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben allen, die uns gegenüber schuldig werden. Und stelle uns nicht auf die Probe. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern. Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt. Mein Freund, leih mir doch drei Brote. Ein Freund hat auf seiner Reise bei mir Halt gemacht. Und ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann. Aber von drinnen kommt die Antwort. Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon zugeschlossen. Meine Kinder liegen bei mir im Bett. Und ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das sage ich euch. Schließlich wird er doch aufstehen und ihm geben, was er braucht. Nicht aus Freundschaft, aber wegen seiner Unverschämtheit. Deshalb sage ich euch. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Gibt es unter euch einen Vater, der seinem Kind eine Schlange gibt, wenn es um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Ihr Menschen, seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut. Und gebt es ihnen. Wie viel Ehr wird der Vater vom Himmel her denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Jesus trieb einen Dämon aus, der stumm war. Dann, als der Dämon ihn freigab, konnte der Mann sprechen. Die Volksmännchen staunte. Einige der Leute sagten, Beelzebul, der Höchste der Dämonen, hilft ihm, andere Dämonen auszutreiben. Andere wollten ihn auf die Probe stellen. Sie verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Aber Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, Jeder Staat geht unter, wenn sein Machthaber im Streit liegen. Und ein Haus stürzt über dem anderen ein. Wenn nun der Satan mit sich im Streit liegt, wie soll dann sein Reich bestehen? Ihr behauptet ja, Beelzebul hilft mir, die Dämonen auszutreiben. Aber wenn Beelzebul mir hilft, die Dämonen auszutreiben, wer hilft denn eigentlich euren Anhängern, sie auszutreiben? Deshalb werden eure eigenen Leute eure Richter sein. Wenn mir aber der Finger Gottes hilft, Dämonen auszutreiben, dann ist das Reich Gottes doch schon zu euch gekommen. Solange der Starke gut bewaffnet, seinen Palast bewacht, ist sein Besitz sicher. Aber sobald ein Stärkerer ihn angreift, wird der ihn besiegen. Der Stärkere wird ihm alle Waffen wegnehmen, auf die er sich verlassen hat, und er wird die Beute verteilen. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der treibt auseinander. Wenn ein böser Geist eine Menschen verlässt, irrt er in trockenen Steppen umher, sucht nach Ruhe, aber er findet sie nicht. Dann sagt er sich, ich will in mein altes Haus zurückkehren, aus dem ich ausgezogen bin. Er geht zurück und findet, alles ist geputzt und aufgeräumt. Da macht er sich auf und bringt noch weitere Geister mit, sieben, die schlimmer sind als er. Sie ziehen ein und wohnen dort. Am Ende steht es schlimmer um diesen Menschen als am Anfang. Dann, als Jesus das sagte, rief eine Frau aus der Volksmenge ihm zu. Glückselig ist der Leib, der dich zur Welt gebracht hat, und glücklich sind die Brüste, die dich gestellt haben. Aber Jesus antwortete, glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und danach leben. Immer mehr Leute ströten bei Jesus zusammen. Da sagte er, die Menschen dieser Generation sind böse. Sie verlangen ein Zeichen. Sie werden kein Zeichen bekommen, außer dem Zeichen des Jonah. Denn Jonah wurde für die Leute von Nineveh zu einem Zeichen Gottes. Genauso wird auch der Menschensohn für diese Generation zu einem Zeichen Gottes. Am Tag des Gerichts wird die Königin von Saba auferstehen, zusammen mit den Menschen dieser Generation. Sie wird diese Menschen verurteilen. Denn sie kam von äußerstem Ende der Welt herbei, um die weißen Lehrer, leeren Salomos zu hören. Und seht doch, hier steht ein Größerer als Salomo. Am Tag des Gerichts werden die Menschen von Nineveh auferstehen, zusammen mit dieser Generation. Sie werden diese Generation verurteilen. Denn sie änderten ihr Leben, als sie die Botschaft Jonas hörten. Und seht doch, hier steht ein Größerer als Jonah. Niemand zündet eine Öllampe an, um sie in eine Ecke zu verstecken oder unter einen Tontopf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit alle, die das Haus betreten, das Licht seht. Die Lampen des Körpers ist dein Auge. Wenn dein Auge klar ist, ist dein ganzer Körper hell. Ist es aber trübe, ist auch dein Körper voll Dunkelheit. Achte deshalb darauf, dass das Licht in dir nicht Dunkelheit ist. Wenn nun dein Körper ganz voller Licht und nichts an ihm finster ist, dann wird alles voller Licht sein, als ob eine helle Lampe dich beleuchtet. Jesus beendete seine Rede. Da lud ihn ein Pharisäer zum Essen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. Der Pharisäer wunderte sich, als er sah, dass sich Jesus vor dem Handy nicht zuerst wusch. Da sagte der Herr zu ihm, So seid ihr Pharisäer. Becher und Schüsseln haltet ihr sogar von außen saugbar. Aber in eurem Inneren seid ihr selbst voller Gier und Bosheit. Wie dumm ihr doch seid. Hat Gott nichts, nicht beides geschaffen, das Äußere und das Innere? Aber wenn ihr das, was in den Schüsseln ist, den Armen gebt, seht doch, dann ist bei euch alles rein. Doch wie schrecklich wird es für euch Pharisäer. Denn ihr gebt Gott sogar den zehnten Teil von Gewürzen wie Minze, Raute und jedem anderen Gartengewächs. Gleichzeitig beachtet ihr nicht die Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott. Dies solltet ihr aber tun, ohne das andere zu lassen. Wie schrecklich wird es für euch Pharisäer sein, denn ihr liebt den Ehrenplatz in der Synagoge und ihr liebt es, auf den Mahlplätzen gegrüßt zu werden. Wie schrecklich für euch, denn ihr seid wie Gräber, die man nicht mehr erkennt. Die Leute gehen darüber, ohne es zu merken. Da sagte einer der Gesetzeslehrer zu Jesus. Lehrer, mit diesen Worten beleidigst du auch uns. Jesus antwortete, auch für euch Gesetzeslehrer wird es schrecklich sein. Denn ihr legt den Leuten Lasten auf, die sie kaum tragen können. Aber ihr selbst macht keinen Finger krumm, um sie zu tragen. Wie schrecklich für euch, denn ihr errichtet Grabmäler für die Propheten, die eure Vorfahren umgebracht haben. Damit bezeugt ihr öffentlich, dass ihr mit den Taten eurer Vorfahren einverstanden seid. Sie haben die Propheten umgebracht, und ihr baut ihnen Grabmäler. Deshalb hat die Weisheit Gottes gesagt, ich schicke Propheten und Apostel zu ihnen. Einige von ihnen werden sie töten und verfolgen. So wird diese Generation zur Rechenschaft gezogen, für alle Propheten, deren Blut vergossen wurde, seit der Erschaffung der Welt. Angefangen bei Abel bis hin zu Sechaja. Der wurde im Vorhof des Tempels ermordet, zwischen Altar und Tempelhaus. Ja, ich sage euch, diese Generation wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Wirklich schrecklich für euch, Gesetzeslehrer. Ihr habt den Schlüssel weggenommen, der die Tür zur Erkenntnis aufschließt. Ihr seid selbst nicht hineingegangen und habt alle abgehalten, die hineingehen wollten. Jesus verließ das Haus des Pharisäers. Die Schriftgelehrten und Pharisäer gerieten in Wut. Sie bedrängten ihn neckig mit immer noch neueren Fragen, denn sie lauerten darauf, aus seinem Mund etwas zu hören, das sie gegen ihn verwenden konnten. Lukas Kapitel 12 Inzwischen waren tausende von Menschen zusammengekommen. So viele, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Da begann Jesus zu sprechen. Zuerst nur zu seinen Jüngern. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt, vor ihrer Scheinheiligkeit. Es gibt nichts Verborgenes, was nicht sichtbar wird. Und es gibt nichts Geheimes, was nicht bekannt wird. Deshalb wird alles, was ihr im Dunkeln sagt, am hellen Tag zu hören sein. Und was ihr euch hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, wird von den Dächern gerufen. Das sage ich euch, meine Freunde. Habt keine Angst vor denen, die nur den Körper töten, aber darüber hinaus euch nichts anhaben können. Ich will euch sagen, vor wem ihr wirklich Angst haben sollt. Habt Angst vor dem, der euch töten kann und dazu die Macht hat, euch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch, vor dem sollt ihr Angst haben. Kann man nicht fünf Spatzen für zwei Kupfermünzen kaufen? Und doch übersieht Gott keinen einzigen von ihnen? Aber bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt keine Angst, ihr seid mehr wert als ein ganzer Schwamm Spatzen. Das sage ich euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den wird auch der Menschensohn nicht kennen, vor den Engeln. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem kann nicht vergeben werden. Wenn sie euch vor die Gerichte schleppen, die in den Synagogen tagen, vor andere Gerichte oder vor dem Machthaber, dann macht euch vorher keine Sorgen darüber, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dem Augenblick eingeben, was ihr sagen müsst. Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus, Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete ihm, lieber Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, sein Leben hängt nicht von dem ab, was er besitzt. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen, ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Und dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieß das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm bist du. Noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Körper ist mehr als Kleidung. Seht euch die Raben an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Vorratskammern oder Scheunen und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, seinem Leben nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr nicht einmal so eine Kleinigkeit fertigbringt, warum macht ihr euch Sorgen um all die anderen Dinge? Seht euch die Blumen an, sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich kleidet zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo, in all seiner Herrlichkeit, war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Gott macht die Wiesenblumen so schön und dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Backofen verbrannt. Wird er sich dann nicht viel mehr um euch kümmern? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch keine Gedanken darüber, was ihr essen und trinken sollt. Lasst euch davon nicht beunruhigen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben bei den Völkern der Welt. Euer Vater weiß doch, was ihr braucht. Strebt viel mehr nach seinem Reich, dann wird Gott euch das alles geben. Habt keine Angst, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu schenken. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Legt euch Geldbeutel zu, die keine Löcher bekommen. Sammelt euch einen Schatz im Himmel, der nie vergeht, an den kein Dieb herankommt und den keine Motte zerfrisst. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Öllampen brennen. Seid wie Leute, die darauf warten, dass ihr Herr von einem Hochzeitsfest zurückkehrt. Wenn er dann kommt und anklopft, können sie ihm sofort aufmachen. Glückselig sind die Diener, die der Herr wach vorfindet, wenn er nach Hause kommt. Amen, das sage ich, sage euch. Er wird sich eine Schürze umbinden und sie zu Tische bitten. Dann wird er hinzutreten und sie bewirten. Und wenn der Herr erst in der zweiten oder dritten Nachtwache kommt und seine Diener wach vorfindet, gilt erst recht, glückselig sind sie. Macht euch bewusst, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, er würde es nicht zulassen, dass in seinem Haus eingebrochen wird. Und auch ihr soll jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Da fragte Petrus, Herr, gilt dieses Gleichnis nur für uns oder auch für alle anderen? Der Herr antwortete, wer ist denn der zuverlässige und kluge Verwalter? Ihm wird sein Herr den Auftrag geben, die übrigen Diener zu beaufsichtigen und ihnen zur rechten Zeit die tägliche Verpflegung auszuteilen. Glückselig ist er, wenn der Herr bei seiner Rückkehr sieht, dass er seinen Auftrag gewissenhaft erfüllt. Wirklich, das sag ich euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Vielleicht sagt sich aber der Verwalter, mein Herr kommt noch lange nicht zurück. Er fängt an, die Diener und Dienerinnen zu schlagen, maßlos zu essen und sich zu betrinken. Dann kommt sein Herr an einem Tag, an dem der Verwalter es nicht erwartet und zu einer Stunde, in der er nicht damit rechnet. Der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihn dorthin bringen lassen, wo die Treulosen bestraft werden. Der Diener, der den Auftrag seines Herrn kannte, sich aber nicht darum gekümmert und ihn nicht entsprechend ausgeführt hat, für den gilt. Er wird hart bestraft werden. Aber der Diener der den Auftrag seines Herrn nicht gekannt und etwas getan hat, das Strafe verdient, für den gilt, er wird weniger hart bestraft werden. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt. Wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr gefordert. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entzünden. Und ich wäre froh, es würde schon brennen. Aber zuvor muss ich mich taufen lassen mit einer Taufe, die mich schwer bedrückt, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich bin gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, das sage ich euch, nicht Frieden, sondern Streit. Denn so wird es von nun an sein, wenn fünf Menschen in einer Familie leben, dann werden sich drei gegen zwei stellen und zwei gegen drei. Alle werden im Streit liegen, der Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Dann sagte Jesus zu den Leuten, wenn ihr seht, dass im Westen eine Wolke aufzieht, sagt ihr gleich, es gibt Regen und so kommt es auch. Und wenn der Südwind bläst, sagt ihr, es wird sehr heiß und so kommt es auch. Ihr Scheinheiligen, das Aussehen von Erde und Himmel könnt ihr beurteilen, wieso könnt ihr die Ereignisse dieser Zeit nicht genauso gut beurteilen? Könnt ihr denn nicht von selbst erkennen, was Gott jetzt von euch will? Wenn einer mit dir vor Gericht zieht, weil du ihm etwas schuldest, dann gibt dir Mühe, dich noch unterwegs mit ihm zu einigen. Sonst schleppt er dich vor den Richter, der Jökob übergibt dich dem Gerichtsdiener und der Gerichtsdiener wirft dich ins Gefängnis. Das sage ich dir, du wirst dort nicht wieder herauskommen, bis du die letzten Kupfermünzen zurückbezahlt hast. Kapitel 13 Einige von den Anwesenden ergriffen die Gelegenheit und erzählten Jesus von Männern aus Galiläa. Pilatus ließ sie töten, als sie im Tempel opferten. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Opfertiere. Jesus sagte zu ihnen, meint ihr, diese Männer hatten größere Schuld auf sich geladen, als alle anderen in Galiläa? Und das wäre der Grund, warum sie einen so schrecklichen Tod erlitten haben? Bestimmt nicht, das sage ich euch. Wenn ihr euer Leben nicht ändert, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an die 18 Menschen, die getötet wurden, als der Turm von Shiloah einstürzte. Meint ihr, sie hatten größere Schuld auf sich geladen, als andere Einwohner Jerusalems? Bestimmt nicht? Das sage ich euch. Wenn ihr euer Leben nicht ändert, werdet ihr alle genauso umkommen. Dann erzählte Jesus den dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Er kam und schaute nach, ob Früchte daran waren, aber er fand keine. Das sagte er zu seinem Weingärtner. Sieh doch, seit drei Jahren komme ich schon und schaue nach, ob an diesem Feigenbaum Früchte sind, aber ich finde keine. Jetzt hau ihn um, wozu soll er den Boden noch weiter auslaugen? Aber der Weingärtner antwortete ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr stehen, ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen, vielleicht trägt der Baum im nächsten Jahr doch noch Früchte, wenn nicht, lass ich ihn dann umhauen. Immer am Sabbat lehrte Jesus in einer der Synagogen und siehe doch, da war eine Frau, seit 18 Jahren wurde sie von einem Geist geplagt, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr gerade aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Er sagte zu ihr, Frau, du bist von deiner Krankheit befreit. Und er legte ihr die Hände auf. Sofort richtete sie sich auf und lobte Gott. Aber der Leiter der Synagoge ärgerte sich darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat geheilt hatte. Deshalb sagte er zu der Volksmenge. Es gibt sechs Tage, die zum Arbeiten da sind. Also kommt an einem dieser Tage, um euch heilen zu lassen und nicht am Sabbat. Doch der Herr sagte zu ihm, ihr Scheinheiligen, jeder von euch bindet am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Futterkrippe los und führt ihn zur Tränke. Aber diese Frau hier, die doch eine Tochter Abrahams ist, hielt der Satan gefesselt, sie doch 18 Jahre lang. Und sie darf am Sabbat nicht von diesen Fesseln befreit werden. Als Jesus das sagte, schämten sich alle seine Gegner und die ganze Volksmenge freute sich über die wunderbaren Taten, die Jesus vollbrachte. Dann sagte Jesus, wie ist es mit dem Reich Gottes? Womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, ein Mann nahm es und säte es in seinen Garten ein. Es ging auf und wurde zu einem Baum und die Vögel bauten ihr Nest in seinen Zweigen. Noch einmal fragte Jesus, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht dem Sauerteig. Eine Frau verarbeitete ihn mit drei Säcken Mehl. Am Ende war der ganze Teig durchsäuert. Jesus setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Er zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte die Menschen. Einmal fragte ihn jemand, Herr, werden nur wenige gerettet? Da sagte Jesus zu den Leuten. Ihr müsst euch anstrengen, um durch die enge Tür hinein zu kommen. Das sage ich euch. Viele werden hinein wollen und es nicht schaffen. wenn der Haus her aufsteht und die Tür verschließt, dann werdet ihr draußen stehen, an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf, aber er wird antworten, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Dann werdet ihr sicher sagen, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken, du hast doch auf der Straße unserer Stadt gelehrt, aber der Haus her wird euch antworten, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Geht mir aus den Augen, ihr lebt alle nicht so, wie Gott es will. Da draußen gibt es nun Heulen und Zähneklappern, denn ihr werdet alle im Reich Gottes sehen, Abraham, Isaac, Jakob und sämtliche Propheten, aber ihr selbst werdet ausgeschlossen sein. Viele werden kommen, aus Osten und Westen und aus Norden und Süd und sie werden zu Tisch legen im Reich Gottes. Seht doch, die jetzt bei den Letzten sind, werden dann die Ersten sein und die jetzt bei den Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Zerselben Zeit kamen einige Pharisäer und warnten Jesus. Geh weg und zieh fort von hier, denn Herr Rotes will dich töten lassen. Jesus sagte zu ihnen, geht und sagt diesem Fuchs, sieh doch, ich treibe Dämonen aus und heile Kranke heute und morgen und am dritten Tag werde ich am Ziel sein, doch heute, morgen und übermorgen muss ich meinen Weg fortsetzen, denn es ist unmöglich, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem ums Leben kommt. Jerusalem, Jerusalem, Du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir sendet. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich versammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln beschützt, aber ihr habt nicht gewollt. Seht doch, Gott wird euren Tempel verlassen, das sag ich euch. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt und ihr ausruft, Stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt. Kapitel 14 Einmal an einem Sabbat ging Jesus in das Haus eines der führenden Pharisäer, um das Brot zu essen. Die dort versammelten Pharisäer beobachteten genau, was er tat. Und siehe doch, da war ein Mann in seiner Nähe, der an Wassersucht litt. Jesus wandte sich an die Gesetzeslehre von Pharisäer und fragte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Da berührte Jesus den Kranken, heilte ihn und ließ ihn gehen. Dann sagte er zu ihnen, wenn einem von euch ein Kind in den Brunnen fällt oder nur ein Rind, wer wird es nicht sofort herausziehen, auch wenn Sabbat ist. Sie wussten nicht, was sie darauf antworten sollten. Jesus beobachtete, wie sich die Gäste die Ehrenplätze am Tisch aussuchten. Da erzählte er ihnen eine Geschichte als Beispiel. Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, dann legst du dich bestimmt nicht auf den Ehrenplatz, denn es könnte ein Gast eingeladen sein, der vorne mehr ist als du, dann wird euer Gastgeber kommen und dir sagen, mach ihm bitte Platz und du musst beschämt auf den untersten Platz wechseln. Nein, wenn du eingeladen bist, dann gehst du doch hin und wählst den untersten Platz. Dann wird der Gastgeber kommen und zu dir sagen, lieber Freund, rück doch nach oben auf. So wirst du vor allen anderen Gästen geehrt, denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott unbedeutend gemacht, aber wer sich selbst unbedeutend macht, wird von Gott groß gemacht werden. Dann sagte Jesus zu den Gastgeber Wenn du zu einem Mittag oder Abend Essen einlädst, dann lade weder deine Freunde ein noch deine Brüder, auch nicht deine Verwandten oder reichen Nachbarn, denn die laden dich wieder ein und das ist dein ganzer Lohn, sondern wenn du zu einem Mahl einlädst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Glückselig wirst du sein, denn sie können dir nichts zurückgeben und du wirst dein Lohn bekommen, wenn Gott die Gerechten vom Tod auferweckt. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus, glückselig ist, wer im Reich Gottes sein Brot essen wird. Jesus antwortete ihm, ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickt er seine Diener los und ließ den Gästen sagen, kommt, jetzt ist alles bereit. Aber einer dem anderen entschuldigte sich. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und ich bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener, lauf schnell los, auf die Straßen und Gassen der Stadt, bring die armen verkrüppelten blinden und gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Und der Herr sagte zu ihm, geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen und an die Zäune, dränge die Leute dort her zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festmahl teilnehmen. Viele Leute begleiteten Jesus auf seinem Weg. Da drehte er sich um und sagte zu ihnen, wer zu mir kommt, dem muss alles andere unwichtig werden. Sein Vater und seine Mutter, ebenso Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Stellt euch vor, einer von euch will einen Turm bauen. Setzt er sich dann nicht als erstes hin, berechnet die Kosten und prüft, reicht sein Geld? Sonst passiert es, dass er das Fundament legt, aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die das sehen, lachen ihn aus und sagen, dieser Mensch wollte einen Turm bauen, aber er konnte ihn nicht fertigstellen. Oder stellt euch vor, ein König will gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Setzt er sich dann nicht als erstes hin und überlegt, sind 10.000 Mann stark genug, um gegen einen Feind anzutreten, der mit 20.000 Mann anrückt? Wenn nicht, dann schickt er besser Unterhändler, solange der Gegner noch weit weg ist. Die sollen Friedensverhandlungen führen. So gilt auch, wer von euch nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Salz ist etwas Gutes, aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist weder für den Acker noch für den Misthaufen zu gebrauchen. Man wirft es weg. Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Kapitel 15 Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und ist sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Stellt euch vor, Einer von euch hat hundert Schafe und verliert eines davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Steppe zurücklassen und das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf seine Schulter und trägt es nach Hause. Er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wieder gefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genau so freut sich Gott im Himmel über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Oder stellt euch vor, eine Frau besitzt zehn Silbermünzen. Wenn sie eine davon verliert, wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarin zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Silbermünze wieder gefunden, die ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Dann sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fernes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er alles ausgegeben hatte, brach in diesem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Bürger des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hungern mit den Futterschoten stillen, die die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben reichlich Brot zu essen. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nähm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weiben kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was denn hier los? Der antwortete ihm, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb beschlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen, doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, sieh doch, so viele Jahre habe ich jetzt schon für dich gearbeitet, nie war ich dir ungehorsam, aber mir hast du noch nicht einmal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden fallen konnte, aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet, jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wieder gefunden. Kapitel 16 Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter, über den wurde ihm gesagt, dass es sein Vermögen verschwendete. Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm, was muss ich über dich hören, leg deine Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich nur tun? Mein Herr entzieht mir die Verwaltung, für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet und ich schäme mich betteln zu gehen. Jetzt weiß ich, was ich tun muss, dann werden mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich kein Verwalter mehr bin. Und er rief alle einzeln zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? Der antwortete, 100 Fässchen Olivenöl. Das sagte der Verwalter zu ihm, hier ist dein Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen, und du, wie viel bist du schuldig? Er antwortete, 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte, hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, nutzt das Geld, das euch von Gott trennt, um euch Freunde zu machen. Dann werden sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn diese Welt zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, ist es auch in den großen. Wer in den kleinsten Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Wenn ihr mit dem Geld, das euch von Gott trennt, nicht zuverlässig umgeht, wer wird euch dann das wirklich wertvolle anvertrauen? Und wenn ihr mit dem nicht zuverlässig umgeht, was euch gar nicht gehört, wer wird euch dann schenken, was eigentlich euer Eigentum ist? Kein Diener kann gleichzeitig zwei Herren lehnen. Entweder wird er den und den anderen lieben oder er wird dem einen treu dienen und den anderen nicht beachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Das alles hörten die Pharisäer. Sie waren geldgierig und lachten Jesus aus. Jesus sagte zu ihnen, Vor den Menschen tut ihr so, als ob ihr nach dem Willen Gottes lebt. Aber Gott kennt eure Herzen. Was bei den Menschen Eindruck macht, das verabscheut Gott. Das Gesetz und die Propheten galten bis zu Johannes. Seitdem wird die gute Nachricht vom Reich Gottes verkündet und alle drängen hinein. Aber eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur ein Satzzeichen im Gesetz ungültig wird. Jeder, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Auch wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht Ehebruch. Einst lebte ein reicher Mann, er trug einen Purpormantel und Kleider aus feinsten Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stellen. Aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann. Die Engel brachten ihn zu Abraham und setzten ihn an dessen Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Einmal blickte er auf und sah in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich schleide schrecklich in diesem Feuer. Doch Abraham antwortete, Kind, erinnere dich, du hast deinen Anteil am Guten schon im Leben bekommen. Genauso wie Lazarus seinen Anteil am Schlimmen. Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinüber gehen, genauso wie keiner von dort zu uns herüber kommen kann. Da sagte der Reiche, so bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe fünf Brüder, Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Aber Abraham antwortete, sie haben doch Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand vom Tod aufersteht. Kapitel 17 Jesus sagt zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, es müssen Dinge geschehen, die Menschen von mir abbringen. Doch wie schrecklich wird es für den sein, der dazu beiträgt. Es wäre besser für ihn, wenn man ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer wirft, besser, als wenn er einen von diesen kleinen unbedeutenden Menschen von mir abbringt. Nimmt euch in Acht. Wenn dein Bruder oder deine Schwester Unrecht tut, weise ihn zurecht. Wenn er sich dann ändert, vergib ihm. Vielleicht tut er dir sieben Mal am Tag Unrecht und kommt sieben Mal zu dir und sagt, ich will mich ändern. Auch dann sollst du ihm vergeben. Die Apostel baten Jesus den Herrn, steige unseren Glauben. Der Herr aber sagte, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr diesen Maulbeerbaum befehlen, zieh deine Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er wird euch gehorchen. Stellt euch vor, einer von euch hat einen Knecht, der den Acker pflegt oder das Vieh hütet, der kommt vom Feld zurück. Wer von euch wird zu ihm sagen, komm gleich her und leg dich zu Tisch? Im Gegenteil, derjenige wird zu ihm sagen, mach mir etwas zu essen, bind dir eine Schürze um und bedien mich, solange ich esse und trinke. Nachher kannst auch du essen und trinken. Bedankt derjenige sich etwa bei seinem Knecht, weil er seinen Auftrag erledigt hat? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, womit euch Gott beauftragt hat, dann sagt, wir sind Knechte, weiter nichts, wir haben nur unsere Pflicht getan. Später immer noch auf der Reise nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarion und Galiläa. Er kam in ein Dorf, dort begegneten ihm zehn Männer, die ihren Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeig euch den Priestern. Und dann, als sie noch unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warst sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und das war ein Mann aus Samarien. Da fragte Jesus ihn, sind nicht zehn Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gottes Herrlichkeit zu loben, nur dieser Fremde hier? Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Die Pharisäer fragten Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Jesus antwortete ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen, schau her, hier ist es, oder dort ist es. Denn seht doch, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, es werden besondere Tage kommen. Dann werdet ihr euch danach sehnen, einen einzigen Tag unter der Herrschaft des Menschensohns zu erleben. Aber ihr werdet ihn nicht erleben. Die Leute werden zu euch sagen, seht doch dort oder seht doch hier. Dann geht nicht hin, lauft ihnen nicht nach. Denn wenn der Menschensohn an seinem Tag kommt, wird es sein wie ein Blitz. Unübersehbar leuchtet er auf von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Aber vorher wird er viel leiten müssen. Diese Generation wird ihn als Verbrecher behandeln. Und wie es zur Zeit Noas war, so wird es auch zur Zeit des Menschensohns sein. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten ihre Kinder. So lebten sie bis zu dem Tag, Noah in die Arche stieg. Dann kam die große Flut und vernichtete alle. Es wird auch sein wie zur Zeit Loths. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie bestellten das Land und bauten Häuser. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, fiel Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn erscheint. Wer an diesem Tag auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, soll nicht erst hinabsteigen und sie holen. Genauso gilt, wer gerade auf dem Feld ist, soll nicht noch zurücklaufen. Denkt an die Frau von Lot. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Das sage ich euch, in dieser Nacht werden zwei Menschen auf einem Bett liegen. Den einen wird er Menschensohn zu sich holen, den anderen wird er zurücklassen. Zwei Frauen werden zusammen Korn mahlen, die eine wird er zu sich holen, die andere wird er zurücklassen. Da fragten die Jünger Jesu, wo wird das sein, Herr? Er antwortete, wo das Aas liegt, da sammeln sich unübersehbar auch die Geier. Kapitel 18 Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten und darin nicht nachlassen sollen. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter. Der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte, verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinen Gegner. Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern. Doch dann sagte er sich, ich habe keine Achtung vor Gott und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht. Aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen. Sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und der Herr fuhre fort. Hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott dann nicht umso mehr dem zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat, und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch. Sehr schnell wird er ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie selbst nach Gottes Willen lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise vor sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, kein Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. Ich faßte an zwei Tagen in der Woche und gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sprach, Gott vergib mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Das sage ich euch, der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hat ihm seine Schuld vergeben, im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott unbedeutend gemacht. Aber wer sich selbst unbedeutend macht, wird von Gott groß gemacht werden. Einige Leute brachten kleine Kinder zu Jesus. Er sollte sie segnen. Als die Jünger das sahen, wiesen sie die Leute schroff zurück. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lass doch die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen, das sage ich euch. Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Einer der führenden Männer des jüdischen Rats fragte Jesus, Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete ihm, Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einem. Gott, du kennst doch die Gebote, sollst die Ehe nicht brechen, sollst nicht töten, sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber der Mann sagte, das alles habe ich seit meiner Jugend befolgt. Als er das hörte, sagte er zu ihm, eins fehlt dir noch, verkauf alles, was du hast und verteil das Geld an die Armen, so wirst du unverlierbaren Reichtum im Himmel haben, dann komm und folge mir. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war sehr reich. Als Jesus den Mann so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hinein zu kommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelohr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da fragten die Leute, die das hörten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, was für Menschen unmöglich ist, das ist möglich für Gott. Da sagte Petrus zu Jesus, sieh doch, wir haben unseren Besitz zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete seinen Jüngern, Amen, das sage ich euch, jeder, der für das Reich Gottes etwas zurückgelassen hat, Haus, Ehefrau, Geschwister, Eltern oder Kinder, wird dafür ein Vielfaches neu bekommen, schon jetzt in dieser Zeit und das ewige Leben dann, wenn Gottes Reich kommt. Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen, seht doch, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Heiden ausgeliefert, die unser Land besetzt haben. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen. Die Zwölf verstanden kein Wort. Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verbeugen. Sie begriffen nicht, wovon er sprach. Dann, als Jesus in der Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie die Volksmenge an ihm vorbeiging und fragte, was ist los? Die Leute sagten zu ihm, Jesus von Nazareth kommt gerade hier vorbei. Da rief er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, sei still. Aber der Blinde schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte, Bring ihn zu mir. Als der Blinde bei ihm war, fragte Jesus ihn, Was willst du? Was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm, Du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen, er folgte Jesus und rühmte Gott. Auch das ganze Volk, das alles miterlebt hatte, lobte Gott. Kapitel 19 Jesus kam nach Jericho, zog durch die Stadt. Und siehe doch, dort lebte ein Mann, der Zacheus hieß. Er war der oberste Zollernehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, »Zacheus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.« Der stieg sofort vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, »Er ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist.« Aber Zacchaeus stand auf und sagte zum Herrn, »Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Bezitz werde ich den Armen geben, und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen.« Da sagte Jesus zu ihm, »Heute ist diesem Haus Rettung widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu Suchen und zu retten. Die Leute hörten, was Jesus zu Zacchaeus sagte. Weil er außerdem schon nahe bei Jerusalem war, meinten sie, das Reich Gottes werde jetzt gleich anbrechen. Deshalb erzählte er ihnen ein weiteres Gleichnis. Er sagte, »Ein Mann von adeliger Herkunft reist in ein fernes Land. Er wollte sich dort als Herrscher über sein Land einsetzen lassen und dann als König zurückkehren. Vorher rief er zehn seiner Diener und gab jedem Geld im Wert einer Mine. Er sagte zu ihnen, »Mach nicht, nicht, dieser Mann unser König wird.« Doch er übernahm die Herrschaft. Dann, als er zurückkehrte, ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte wissen, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste kam und berichtete, »Herr, deine Mine hat zehn weitere Minen eingebracht.« Der König sagte, »Gut gemacht, du bist ein tüchtiger Diener. Du hast dich in einer so unbedeutenden Sache als zuverlässig erwiesen. Darum übertrage ich dir die Verantwortung für zehn Städte.« Der Zweite kam und berichtete, »Herr, deine Mine hat fünf weitere eingebracht.« Der König sagte zu ihm, »Ich übertrage dir die Verantwortung für fünf Städte.« Der Nächste kam und berichtete, »Herr, siehe doch, hier hast du deine Mine. Ich habe sie in ein Tuch gewickelt und sie sicher aufbewahrt. Ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst Geld ab, das du nicht eingezahlt hast, und du erntest, was du nicht gesät hast.« Der König sagte zu ihm, »Du hast dir selbst das Urteil gesprochen, du schlechter Diener. Du hast gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Geld abhebe, das ich nicht eingezahlt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld nicht zur Bank gebracht? So hätte ich es bei meiner Rücke wenigstens mit Zinsen abheben können.« Dann sagte der König zu denen, die nehmt ihm die Mine weg und gebt sie dem, der die zehn Minen hat. Sie sagten zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn. Der König erwiderte, das sag ich euch, wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben, doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen werden. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich ihr hatte, holt sie her und bringt sie um, hier vor meinen Augen. Nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hatte, zog er weiter bis nach Jerusalem hinauf. Dann in der Nähe von Bethphagien, Bethanien, kam Jesus zu dem Berg, der Ölberg heißt. Von dort schickte er zwei Jünger voraus und sagte, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los, dann sagt, der Herr braucht ihn. Die beiden Jünger, die Jesus geschickt hatte, gingen in das Dorf und fanden alles genau so, wie es Jesus gesagt hatte. Als sie den Esel los machten, fragten die Besitzer, warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Sie brachten den Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Dann ließen sie Jesus aufsteigen. Während er weiterzog, bereiteten die Jünger ihre Mäntel als Teppich auf der Straße aus. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Egelberg nach Jerusalem hinab führt. Da brach die ganze Schade Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen, stimmt ein in unser Loblied auf den König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöen. Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge. Die riefen ihm zu, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen, das sag ich euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Als Jesus sich der Stadt nährte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit über dich hereinbrechen, da werden deine Feinde ein Wall aus spitzen Pfählen rings um dich errichten. Sie werden dich umzingeln und von allen Seiten einschließen. Sie werden dich und deine Bewohner restlos vernichten. Kein Stein werden sie auf dem anderen lassen, weil du den Tag nicht erkannt hast, an dem Gott dir zur Hilfe gekommen ist. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel. Er fing an, die Leute hinaus zu jagen, die im Tempel etwas verkauften. Er sagte zu ihnen, in den heiligen Schriften steht, mein Haus ist ein Ort des Gebetes, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und Jesus war jeden Tag im Tempel und lehrte. Aber die führenden Priester, die Schriftgelehrten und auch die Ältesten des Volkes suchten nach Möglichkeiten, ihn umzubringen. Doch sie wussten nicht, wie sie vorgehen sollten, denn das Volk war die ganze Zeit bei ihm und hörte ihm aufmerksam zu. Ich danke euch fürs Zuhören und wenn ihr noch weitere Aktionen sucht für Kinder, Jungs, Teens und andere, dann besucht uns doch auf unserer Website